Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier zur Verlagung des Deutschen Kleidkurspreises 2011. Hier im Mainzer Unterhaus, in diesem Gemäuern, wird dieser Preis seit 1972 verliehen. Und ich habe heute die wirklich große Ehre, durch das Programm führen zu dürfen. Früher hätte man ja gesagt, ich bin ein Confrancier, aber seit der letzten Rechtschreibereform weiß man nicht mehr so recht, wie man das buchstabiert. Und jetzt sagen wir Moderator. Das ist das Neue, das moderne Wochenmoderator. Moderation ist ja ganz in, das wissen Sie. Auch in der Politik ist Moderation inzwischen sehr gefragt. Konflikte werden durch Moderation, durch Schlichtung gelöst. Heiner Geisler hat es exemplarisch vorgemacht. Was heißt Schlichtung? Man macht aus Scheiße, Scheiße Plus, meine Damen und Herren. Auch das große Plus der Kanzlerin ist ja, dass Angela Merkel sich nicht als Basta-Kanzlerin versteht, sondern auch mehr so als Moderatorin. Angela Merkel ist eine Art Anne will und kann nicht. Und die meisten Deutschen hätten sowieso lieber einen König. Einen gültigen König, da trauen wir die Menschen im Grunde wirklich von. Deshalb auch der große Erfolg von The King's Speech im Kino augenblicklich. Ja, die Menschen hätten gerne was für sie zu aufsehen. Eine integre Gestalt, die über den Niederungen der Politik steht. So einen gültigen Monarchen mit weisen Entscheidungen. Wer hat denn einen Baron in Griffweite? Aber das ist Hagel von gestern, meine Damen und Herren. Sein Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, ist an der Frisur gescheitert. Vor ein paar Tagen haben sie ihm dann den Zapfen gestrichen. Majestät war sehr gerührt und haben angedeutet, die Memoiren schreiben zu wollen. Das finde ich eine schöne Idee angesichts der Tatsache, dass man sich bei Memoiren erinnern können muss, was man getan und gesagt hat. Aber heute ist nicht alle Tage, unser Dr. Adé kommt wieder, keine Frage. Die CSU steht ja geschlossen hinter ihm. Und der Horst Seehofer hat ja auch gesagt, er ließe sich nicht von Steinewerfern und Altkommunisten erklären, was Ehre und Anstand sind. Und richtig, Herr Seehofer, welcher Mafiapate hört schon auf das Geschwätz von Kleinkriminellen. Dass solche Leute wiederkommen, hat Tradition in der CSU. Sie erinnern sich alle an Friedrich Zimmermann, der war mal verurteilt wegen Meinheit vor Gericht und schwurend genannt. Wurde dann noch Innenminister. Oder Otto Wiesheu, legendär, hat im Suff auf der Autobahn einen Menschen tot gefahren, ist dann immerhin noch Verkehrsminister geworden. Da steht doch allen doch die Zukunft offen. Aber wir haben inzwischen ja ganz andere Sorgen. Guttenberg ist ja schon alles von gestern, sehen Sie, wir haben ganz andere Sorgen inzwischen. Verträgt Sie, und will Ihr Motor diesen neuen Sprit? Diesen neuen Biosprit? Sie fahren diesen, Sie sind glücklich, aber Sie sehen so entsetzt aus hier. E10, haben Sie keine Angst vor E10? Das klingt so ein bisschen wie E605, oder? Gift für den Motor, da hat der Deutsche Angst, da fürchtet der Deutsche sich sofort. Meine Deutsche fürchtet sich immer gerne. Ich habe ja das Gefühl, fürchten ist eine Art Volkssport in Deutschland. Wenn der Deutsche sich nicht vor dem aktuellen Weltuntergang fürchten kann, hat er keinen richtigen Spaß am Leben, habe ich oft das Gefühl. Und die Deutschen sind froh, dass sie was zum Aufregen haben. Der Biosprit ist klasse, man kann sie aufregen, man kann debattieren. Der Deutsche muss immer was haben zum Aufregen, damit er nicht auf Gedanken kommt. Das ist ganz wichtig. Der Deutsche darf nicht auf Gedanken kommen, also vor allem nicht auf Grundsätzliche. Auf dumme Gedanken darf er kommen, da hilft die Presse auch jederzeit bei. Und damit auch die Nicht-Autofahrer was zum Aufregen haben, haben sie ja letzte Woche dann auch den Lokführerstreik zur Riesenkatastrophe hochgeschrieben. Da kommt man wieder mal sehen, wie die Empörung hochwallte im Volk. Die Lokführer, das ganze Land steht still, Schäden in unermesslicher Höhe. Sofort durften die ersten Experten ausrechnen, welche volkswirtschaftlichen Schäden entstehen werden, wenn die Lokführer tatsächlich länger streiken. Ich habe das so verstanden, dass die Wirtschaft sich davon nie wieder erholen wird. Und wie immer, wenn die Katastrophe ganz akut ist, schwanken ja auch die Opferzahlen. Ich hörte einen Radiobericht, wo ein aufgeregter Reporter meinte, an dem Lokführerstreiktag wären 80 Prozent der Züge ausgefallen, in Köln sogar jeder Zweite. Lokführerstreik ist auch nicht neu, hatten wir auch schon vor drei Jahren. Vielleicht können Sie sich erinnern, der große Lokführerstreik vor drei Jahren, da stand dann hinter der Presse eine Riesenschlagzeile. 75 Millionen Euro volkswirtschaftlicher Schaden durch den Lokführerstreik. Ja, das sind Schäden, da träumen andere Menschen von, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal bei der Hypo-Real Estate an einem einzigen Tag nur 75 Millionen Euro Schaden anrichten, sind Sie Mitarbeiter des Jahres. Womit man uns in diesem Land permanent beschäftigt, sind Prognosen, meine Damen und Herren. Nein, die Prognose-Industrie ist ja richtig entstanden und Sie machen die Leute völlig verrückt. Erzählen Sie den Menschen von morgens bis abends, dass später die Rente nicht reichen wird und wundern sich, wenn die jungen Menschen immer dicker werden. Sehen Sie den Zusammenhang nicht? Wenn ein Mensch von klein auf jeden Tag zu hören bekommt, dass er im Alter nichts mehr zu fressen haben wird, dann futtert er sich instinktiv so eine Art Bio-Riester-Rente an. Man spricht auch von einer Bürgerversicherung. Und da kommt direkt die nächste Prognose, ist ja immer, wenn alles so weitergeht, heißt ja immer, das ist wichtig bei Prognosen, wenn alles so weitergeht. Sie wollten ja immer schon wissen, wie lange Ihre Fußnägel werden, wenn Sie die nie wieder schneiden. Wenn alles so weitergeht, heißt es, sind in 60 Jahren 80 Prozent der Deutschen schwerstübergewichtig. Ja, und dann, dann stopfen wir halt die Rentenlücke mit den Dicken, habe ich gesagt. Die machen uns verrückt mit den Prognosen. Thilo Sarrazin hat in seinem Buch ein Szenario entworfen, wie Deutschland in 100 Jahren aussehen wird. Das muss man sich vorstellen. 100 Jahre, Sie wissen, was da los ist, dann sind ja hier nur noch Moslems, das wissen Sie ja. Ja, ist doch erwiesen, die Deutschen sterben ja aus. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems. In 100 Jahren nur noch Moslems, beunruhigt Sie diese Vorstellung? Mich entspannt das total, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Seitdem ich das weiß, ich mache mir überhaupt keine Sorgen mehr um die Umwelt. Die ganze Atome interessiert mich überhaupt nicht mehr. Da können Sie ja 100 Jahre in den Moslems mit rumärgern. Das ist doch völlig egal. Da können die dann von mir aus eine Burka um die lecken Fässer in der Asse bilden da. Nach uns die Sinnflut, so leben wir hier doch, oder? Das ist dann der westliche Lebensstil. Nach uns die Sinnflut oder durch uns die Sinnflut, könnte man ja auch sagen. Denn wenn wir unseren Lebensstil in Westeuropa nicht radikal umstellen, meine Damen und Herren, dann ist der Klimawandel nicht zu stoppen. Dann steigt der Meeresspiegel, Sie können sich die interaktiven Karten im Internet ansehen. Wir müssen unser Lebensstil ändern, wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger Auto fahren. Denn wissen Sie, eine Kuh produziert pro Jahr so viel CO2 wie Sie mit 15.000 Kilometern Auto fahren. Wenn wir das nicht ändern, dann kann ich jetzt mal eine Prognose machen, wie das in 100 Jahren hier aussieht. Deutschland voller Moscheen und die stehen unter Wasser. Die paar Deutschen, die noch da sind, haben vorgesorgt, Fett schwimmt oben. Und die Moslems werden sich ärgern, dass sie ihre Töchter vom Schwimmunterricht abgemeldet haben. Prognosen sind unglaublich, ja? Konjunkturprognosen. Wenn ich das Wort schon höre, kriege ich ja Pickel. Wissen Sie, was das ist? Das IFO-Geschäftsklima endet. Sie sagen in der Nachricht immer, das ist ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie, da klopfen wir so drauf, da macht der Zeiger brrrr. Ein Barometer. Wissen Sie, was die da machen? Die Mitarbeiter des IFO-Instituts München telefonieren einmal im Monat mit einer ausgewählten Zahl von Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Und das vergleichen die dann mit den Erwartungen, die die vor einem Monat gehabt haben. Also die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Daraus errechnet der promovierte Pöbel einen Index mit einer Stelle hinterm Komma. Achten Sie drauf, kommt Ende des Monats wieder. Und dann steht in Ihrer Zeitung, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen als von Experten erwartet. Das heißt aber, es gibt auch noch Experten in diesem Land, die werden dafür bezahlt, dass sie erwarten, was denn die anderen wohl erwarten. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind. Wirtschaftsexperten, da haben sie intelligentere Lebensformen zu Hause auf ihrem Duschvorhang, meine Damen und Herren. Wir haben das große Glück hier in der besten aller Wirtschaftswelten zu leben, meine Damen und Herren. Die freie Marktwirtschaft, das ist die Wirtschaftsform, wo die Menschen nach ihrer Leistung bezahlt werden. Und deshalb soll ja auch möglichst alles privatisiert werden, das wissen Sie. Die Beamten, die kriegen das Geld ja einfach auch so. Aber in der freien Wirtschaft, da wird der immer nur nach Leistung bezahlt. Auch diese Wahnsinnsprämien, wo Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat. Hat er ja nicht, er kriegt es einfach nur. Aber es ist leistungsbezogen. Das ist ganz entscheidend. Ich lese immer wieder in der Zeitung, diese Wirtschaftskapitäne, diese Spitzenleute, die muss man gut bezahlen, weil das sind Einzelkönner. Und die haben ja auch Dinge drauf, die kann ja keiner von uns. Das muss man auch mal neidlos anerkennen. Nehmen Sie mal Heinrich von Pira. Eine Ikone der deutschen Wirtschaft. Der Mann hat 15 Jahre lang den Siemens-Konzern geleitet, die Regierung beraten. Heinrich von Pira hat den Siemens-Konzern geleitet. Dieser Siemens-Konzern hatte in den 15 Jahren schwarze Kassen aufgebaut, bis zum Abwinken. Die haben weltweit alles geschmiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und dann schreibt dieser Heinrich von Pira jetzt seine Memoaren, ist 70 geworden und hat nochmal wiederholt, dass er von diesen ganzen Vorgängen überhaupt nichts mitbekommen hat. Wer könnte denn sowas von uns? Wer von uns könnte 15 Jahre lang einen Konzern leiten, ohne überhaupt mitzukriegen, wie der Konzern arbeitet? Das sind doch Sonderbegabungen, meine Damen und Herren. Das muss honoriert werden. Oder hier der Visionär von Daimler damals. Wissen Sie noch, Daimler, Daimler-Kreisler, die Hochzeit im Himmel. Jürgen Schrempf, Jürgen Schrempf, der hat bei Daimler in zehn Jahren 80 Millionen Euro verdient. Da gehen Sie etwa 1.330 Jahre für arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Aber da sehen Sie auch, was der Schrempf alles weggearbeitet hat. Das ist ja leistungsbezogen. Aber der hat ja auch was gebracht. Der Schrempf hat in zehn Jahren 80 Millionen verdient. Und hat in derselben Zeit den Wert von Daimler-Kreisler aber auch um 50 Milliarden Euro reduziert. Der Mann hat 50 Milliarden Euro vernichtet. Zu so etwas wäre doch so ein Trägerbeamter überhaupt nicht in der Lage, meine Damen und Herren. Oder hier dieser Wiedeking, der bei Porsche anschaffen war. Der kann arbeiten. Der Wiedeking, der hat mal in einem Jahr 100 Millionen verdient. In einem einzigen Jahr 100 Millionen. Da hat der Schrempf so einen Hals gekriegt. Als er überlegt, wie lange er da für Arbeiten war. Auch in diesen Kreisen gibt es Schicksal. Wir leben hier in einer Mediendemokratie. Das heißt, die Themen werden von den Medien gesetzt. Das heißt so viel wie, dass das, was uns beschäftigt, worüber wir uns aufregen, nicht so sehr wir selber bestimmen, sondern die Medien, die wir konsumieren bzw. gefressen haben. Und auch der Guttenberg hat sich ja beschwert, dass die Medien ihn zu Tode gehetzt hätten. Die Medien waren schuld. Seine Fans sind inzwischen davon überzeugt, wäre das Erdbebe in Japan 14 Tage vorher gekommen, wäre der Freier mit einem blaublütigen Auge davon gekommen, meine Damen und Herren. Worüber wir diskutieren in diesem Land? Sehen Sie, wir haben in den Schulen zu wenig Lehrer, es fallen tausende von Unterrichtsstunden aus. Wir haben in den Krankenhäusern zu wenig Krankenschwestern und zu wenig Pfleger. Wir haben in den Altenheimen zu wenig Personal. Wir haben zu wenig Kindergärtnerinnen, wir haben zu wenig Polizisten, wir haben zu wenig Feuerwehrleute. Und wenn Sie mit den Menschen reden, die in diesen Bereichen arbeiten, sagen die Ihnen alle, dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Wenn Sie aber Deutschland nur aus den Medien kennen, dann bekommen Sie das Gefühl, das größte Problem, das wir hier haben, ist, dass einige ihre Kopftücher nicht abnehmen wollen. Der Wahnsinn in dieser Welt schreitet unerfüllsam voran, meine Damen und Herren. Neben den Minderleistern, die in Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen für kleines Geld vor sich hindösen, gibt es natürlich auch Spitzenkräfte, meine Damen und Herren, die ihr Geld wirklich verdient haben, die auch wirklich Spitzenverdiener sind. Das sind anspruchsvolle Tätigkeiten, Investmentbanker zum Beispiel. Das kann auch nicht jeder anderer Leute Geldgassi führen. Bei den Landesbanken haben die ja Geldgassi geführt, das die gar nicht hatten. Das ist ihnen dann sogar noch weggelaufen. Ich weiß nicht, wie ihr Verhältnis zu Banken ist, ich bin inzwischen völlig überfordert. Ich traue mich da auch nicht mehr hin, ich sage es ehrlich, ich bin bei der Commerzbank Kunde und ich bin da, ich weiß überhaupt nicht, bin ich jetzt Kunde, bin ich Besitzer, das ist ein Durcheinander. Ich habe auch noch nie so viele Angestellte gehabt, ich kann da nie mit umgehen, ich sage Ihnen das ehrlich. Ich habe diese blöde Commerzbank gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich ja immer, dass es ein Schnäppchen war. Wir haben ja 18 Milliarden Euro für die Commerzbank ausgegeben, also wir alle. 18 Milliarden Euro haben wir bezahlt für einen 25%igen Anteil an der Commerzbank. Von den 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank damals sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresner Bank gekauft. Das war auch so ein Schnäppchen. Und von dem Moment an, wo die Commerzbank die Dresner für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die zusammen an der Börse noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war. Und diese Leute wollen mir Angst machen vor sozialistischer Misswirtschaft. Das sind echte Komiker, meine Damen und Herren. Das sind aber die Leute, denen Sie die Verwaltung Ihrer privaten Altersvorsorge anvertraut haben. Es ist der absolute Wahnsinn. Denken Sie einfach immer an die Eichhörnchen. Die finden auch nur 30% der Nüsse wieder, die Sie versteckt haben. Und die werden nicht mal von Anlageberater behindert, meine Damen und Herren. Der Preisträger, den ich Ihnen jetzt...